Wax. Achso, okay. Da war noch was, ne? Ach. Oh, ich schreibe schon 80% für ein Yu Yu Meta. Wow! Ach ja, Maschinen kannst du mal Maschinen unterbauen. Ja, und noch dafür. Okay, es ist gut, dass ich mir ganz viel Refined Iron gemacht habe. Ja. Ich glaube, mein Ofen brennt, glaube ich, auch noch. Der ist noch mal machen, oder? Ja, er brennt noch, mein automatischer Ofen. Dieser Vanilla-Ofen. Ich finde das ist nicht schlecht. Ich habe mir 8 8 Maschinenblöcke gemacht. Ah, ja. Ah, für später alles. Brauchst du immer noch? Ja. Sind noch ein junges Stadion hier. Oh, Terry. Wie heißt der? Nochmal Overclocker? Heißt das Overclocker? Okay, der ist so leicht. Jetzt wollen wir nochmal ein bisschen. Overclocker jetzt. Noch mal ein bisschen davon. Ach, du ahnst es nicht cool ins... Oh, Cento soll jetzt nicht sagen, können, dass es ein bisschen... ... dass es teuer ist. Was denn? Diese Overclocker Upgrades. Ich habe doch gesagt, den Calculent Zells brauchst du dafür. Alter Schwede. Du hast doch genug Zellen, oder nicht? Na ja, ich habe erst mal 4 Stacks Zellen gemacht. Ja, alles klar. Ach ja, vielleicht du bist schon so ein Honk. Ne, warum? Darum. Ich habe glaube ich 4, 5 Stacks Zellen gehabt an Blöcken. So, dann machen wir uns mal ein Hotel Remasterator. Oh yeah. Ja, das sagt gerade der Richtige, ne? Was denn? Mit den ganzen Sachen zu haben, ne? Ist klar. Und hier noch so ein armer Junge, dieser arme Schlucker hier von nebenan, der... Ein armer Spucker bist, oder nicht? Ein Spucker. Der tut sich noch alles zusammenköften, hat noch nicht mal Mass Fabricator, damit er Yu Yu Meta machen kann. Nein, der hat nix. Und schon lädt sich das Ding auf. Wusch, wusch. Ja. Ähm, ja. Wie kann man denn die Water Cells schneller aufladen mit einem Liquid Transposer, ne? Hä? Die tanken halt Coolentzells? Nein, die Water Cells. Du musst ja aus Water Cells ja Coolentzells machen. Ja. Musst du doch und kannst nochmal mit Wasser befinden, ist doch egal. Ja, bin ich eigentlich zu faul für. Da müsste es doch irgendwas Einfluss geben. Fauler Sack, aber echt. Das ist ein fauler Sack, ne, Leute? Nein, bin ich nicht. Ich bin nur ein einfacher Mensch. So. Ist auch dran. Jetzt lädt sich das Ding auf. Exklusiv Scheiße aus davon. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir das schaffen, die ganzen Texturen ordentlich wieder hinzumachen. Von welchem brauchst du denn? Nein, überhaupt. Ja, ich weiß. Tut mir auch sehr leid, dass du unter den Texture Packs leiden musst. Ich kann nichts dafür, ich weiß. Du kannst alles dafür. Nö, 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 nö. Diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Doch. Nein? Nein, 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 nein. Was war das denn? Ein? Ja, ein Circuit. Nein, 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 nein. Da machen wir mal ein paar welche. Ne, Energie spart schon ganz bisschen ganz oben rum. Umso schneller das Ding wird. Es geht. War das nicht, dass man nur Terry Meister will da eigentlich auch mal auf der Blockabgift rein tun können? Ne, ne? Ne, konnte man nicht mehr. Ne? Du konntest dann auf Dauer oft anlassen, also, dass der anbleibt. Und dann aber in den Daktischen Fernis verlassen, ne? Äh, ja, meine. Uff. Ich glaube, es ist ja egal. Ja, es ist ja egal. Die werden ja auch so schnell. Ja, du brauchst du noch anhaben. Hm. Ich mach mal grad paar Overclock upgrades. Na ja. Das ist gleich schon fertig, wenn's fast einen ganzen Stack an Kult hast. 37 Stück waren was. Und jetzt hau ich einfach mal Corbiston rein. Zack, zack. Da kriegst du ja Sand draus und mehr so weiter, ne? Hm. Warum mach ich das denn noch? So. Wie viel in der... Ey, der bleibt konstant mit der Energie, oder? Und die Lava auch. Ich guck mal, was der Lavasee macht. Ich hab da Angst, dass der gleich leer ist oder so. Dann müssen wir den nicht umbauen. Na, der ist doch schrecklich. Ja. Zack. Ich hab noch zwei Maschinen. Wo steht der denn? Ach, da unten. Äh, zwei Advanced-Maschinen-Blöcke. Da müsst ihr noch einen Weg hin machen. Weil so ist der Weg hier ganz schön, den ich hier hingestellt hab. Komm, okay, ich hab grad lang. Okay, das brauch ich dafür. So. Ne, das ist bei uns. Wow, hier ist Lava. Wow, hier scheiße. Huhuhu. Da ist die Pumpe. Hä? Wo zieht die das Zeug denn her? Ja. Aber weißt du, wie groß das Ding ist? Ich weiß. Ich seh's gerade. Das ist verdammt groß, das Ding. Aber das ist die falsche Pumpe, ne? Wir hätten, glaube ich, mal die Ender pumpieren sitzen sollen. Aua. Die Kirche ist hier doch gar nicht drin. Ach, jau. Deswegen wollte Johnny den Mod haben noch. Deswegen. Ähm, Flash? Ja? Wir haben Induction-Firniss. Und? Ich hab ein Mess-Virnwickler. Und? Wer interessiert's? Die Biometer. Danach Advanced Solarpanels. Ähm, ging das eigentlich, ähm, warte mal. Ich hab ein Biometer. Yay. Klack. Ne, das geht's doch nicht, ne? Muss ich das eigentlich so machen? Nix. Ich red grad mit mir selbst. Auto... Ah, Auto-Crafting-Table, genau. Was ist denn Auto... Äh? Automatic Wooden Pipe? Kennst du die? Nö. Weißt du, wie die funktioniert? Nein, ne? Nö. Weil dienamenten brauchst du zwei Glas und zwei Wetstone-Engines. Häuser, das ich grad gemacht hab... Ich hab den Immortarian Messervator und den Induction-Firniss mit Wetstone verbunden. Und jetzt mit der Wetstone-Firniss hat er angriffen. dann brauche ich keine zwei machen ja oder macht einfach hebel macht einfach oder macht er hier ja die liga kann die machen aber ich mache das ist nur so dann machen wir mal glas werden wie ordentlich sleep at night ich lieg können wir schon schlafen ja gut ich bin aufs bett geschwungen gleich mich hingelegt ich probiere mal die komischen neuen pipes aus ich will hoffen dass das spiel nicht abstürzt rechner aber jetzt pech wir machen doch ganz kurzen cut rein ja ich möchte die erst mal die sind ja nicht teuer wie heißen die gibt automatik ein automatik ohne halb so automatik wurden deswegen das ja ob die jetzt meistens der brust diese pulsierenden gatter nicht mehr weiß dass das kann auch sein aber dass du die trotzdem mit witzern und bauen muss das wäre egal einfach nebel dran aber überlegt man wenn wir die haben und ich die damit bei mir in die kubi reinbau das ist einfach weil das mit den garten mit den gates ging ja nicht deswegen ja ich probiere sie mal gerade aus ich kürze mal an welcher glas und anfangs weil das wäre nämlich gar nicht schlecht ich weiß kann ja auch durch welche mod die herkommen habe keine ahnung fragt mich nicht wundere ich mich nämlich gerade nachher brauchen wir das ding stelle ich mir jetzt nicht hin mit der schule extraktor und so war ja was zack 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 so zumindest in der hand nehmen kann ich sie schon im inventar habe ich sie auch schon hatte man die mensch was macht er mir her okay ansteuern ich habe schon wieder die denn an also nicht immer gleich zu dir hin auch gleich mal gucken noch zu wenig scheiße oder sind die von logistik pipes glaube ich nicht mehr eigentlich nicht toll jetzt habe ich zwei dinge umsonst hier gemacht warte mal ich kann man gleich zu dir hin so rum nicht weil du mir gerade das kann ihn anschauen mir gerade ein singulier gemacht komische kompressor da muss ich mir schnell jetzt eisen habe ich habe kein eisen inventar das ist blöd hier anzusteuern ist mit einer hier mit einem hebel angesteuerten nach hink ging nichts aber ich habe kein kompist und wenn ihr willst so ein fackel nehmen wird zum fall habe ich jetzt noch nicht ausprobiert kann ich aber gleich sofort machen 1234 100 10.000 hat meiner jetzt bei schwede und terry mit dem weiter läuft gut ja läuft gut ohne energieschwankung und glas weiter herstellen automatic crafting table so komm mal zu dir hin magnetien ausschalten da was sind eigentlich ganz normale habt jetzt die gegeben komisch ich weiß auch nicht wie die funktionieren ehrlich gesagt keine ahnung weil ich war ein fund hebel hier das immer ein einzelnen hebel zu kämpfen ist langweil was du damit da willst du mitnehmen da ist eine fackel nimm mal eine von der von der wand weg probier mal aus komisch damit würde ich so eine normale bei der warte mal hast du die fackel eingesammelt die minimal ja da ich will die meinem vorn ausprobieren dann hast du allem und ich kann sie gar nicht mehr werft die grad gar nicht weg bei mir ja ja ich glaube der server lecker ganz schön du stehst auch bei mir wichtig mal du stehst bei mir auch okay die aufnahme unterbrechen ja jetzt auch jetzt ja weihnachtslecker was meine omni mensch da ist nicht ich werde dann angekauert keine ahnung google ich nach alles tue ich mir erst irgendwo rein werfen naja auch egal das werden wir ja noch herausfinden genau so sehe ich es auch nach hause wieder das brauche ich das brauche ich das brauche ich das brauche ich hier läuft das auch alles läuft nur noch jetzt sagt er wir machen mit technik viel dann auf einmal ja ich fange mal mit technik an komischerweise normal bei mir das in die verstricken von da nach ins drei stück mache ich das mal so 1 2 noch mal sechs complex machen und fertig wir haben so schnell die dinger sind umso weniger strom verbauen ja nicht auch klar deswegen ja umso schneller ist das nämlich fertig immer das was ich nicht brauche so scrap boxen laufen und zwar jetzt läuft ordentlich jetzt läuft richtig bist du ein affe das kann ich auch nicht mal dafür brauche ich ein ich habe ich denn davon hier stück weil könnte ich mir herstellen ach das ist doch blöd hier mit keinem abbauen keinem abbauen keinem abbauen ach komm ich stimme jetzt mal acht von acht normale öfen mehr jetzt habe ich ganz normal ein bisschen gut dass ich noch so viel habe noch viele schmerzen aber auch egal und 2 1 2 2 2 auch so ich sag was mehr warum hat er nur ein reingetan ist doof so schmeißt man hier rein zack 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 12